So, dann werde ich höchstpersönlich töten diesen Typen. Bau nicht immer den Buki ab. Es wäre ja auch ein Wunder gewesen, wenn er mal nicht durch meine... Disko-nie-gte. Ist der weg? Nö. Nein. Go, go. Nö, gibt's doch einen Dis, Alter. Nö. Wieso will der denn Disko-nekten? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, damit er nicht verliert. Jonas, gib mal was. Nö. Kannst auch einfach gehen. Ja, warte mal ganz kurz. Ich crafte mir hier noch ein paar mehr Pfeile, Alter. Boah, jetzt habe ich 47 Pfeile, Junge. Hier, ich kann noch ein Steak geben, aber wir müssen hier raus zum Essen. Boah, ich bin jetzt ein Spast. Na ja. Das killt her. Jetzt ist er ein harter Killer. Komm, lass raus. Guck mal, da oben ist ein... Warte mal. Ach, das seid ihr beiden. Okay. Wir müssen hier raus, weil wir sonst brauchen Essen hier. Wir verpissen uns jetzt, okay. Wie kamen wir hier raus? Wie schön? Aber nimmt alles mit. Ja, auch die Öfen. Nicht, dass der kleine Spacken die bekommt. Das wäre echt traurig. Ich baue hier die Gänge zu. Ach, Gänge zu? Ganz unauffällig. Ja, einfach nur damit es schwerer hat, uns zu folgen. Ja, dich ja auch gerade. Ähm, wo? So, jetzt kann er nichts mehr tun. Ich habe einfach alles zugebaut. Ja, und du hast uns eingebaut. Spacko-Style. Spacko-Style. Ja, genau. Stimmt. Ja, Leute. So, Mongo, Alter. Das war so scheiße immer wieder. Achtung, weg da. Ja, lass mich doch einfach mal da hochbauen. Warte mal, lass mich, lass mich erst bauen, bitte. Ich habe Gravel. Lass mich doch erst erst bauen. Gravel kann man am schnellsten abbauen. Und dann haben wir... Oh, Junge. Wir bauen einfach einen Trepp. Oh, jetzt seid ihr doch... Seid ihr unfähig? Jetzt... Ich habe mich da in den Ofen geplaced. Auch gut. So, ich bin weg. Ah! Ich nicht. Jetzt komme ich hier nicht hoch, weil ich den Ofen immer anklicke. Ah, jetzt. Ihr seid ihr einfach alle schlecht. Die Wendeltreppe ist aber schön, oder? Ja, die ist wirklich ein Traum. Da ist ein Enderland und so eine blöde Spinne. So eine kleine Fotze einfach. Ey, tut denen doch nichts. Ey, das sind meine Artgenossen. Zartan ist also eine Spinne. Da war der Typ. Ich habe ihn gesehen, rechts von uns. Ja, das sind wir. Ne, 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 ne. Da war ein Typ gerade. Ich will schnell hier raus. Ich habe Angst. Der ist aber an der Oberfläche, glaube ich. Ich brauche Essen. Oh, scheiße. Wir müssen jetzt wirklich Essen finden. Weil ich habe selber nichts mehr. Da ist eine Kuh. Und sie macht. Ja. Kuh. Und sie macht. Da ist er, da ist er, da ist er. Da hat er noch was. Oh. Attack of the B Team now. Hey. Wo seid ihr denn? Da vorne. Hier kommt auch zu mir. Kommt einfach zu mir. Hey, Jona. Leute. Ich will nicht hier alleine gegen den Typen fighten. Ja, wo bist du denn, Zartani? Da ist er ab Gegner zumindest. Schon mal. Wir haben den Gegner gefunden. Ich aber noch nicht, Zartani. Hey, wie? Ich habe den anderen Gegner. Anscheinend schon. Den Ketten-Typ. Ich habe, nö. Hier, der, der im Wasser ist jetzt gerade. Wasser? Der ist jetzt wieder an Land. Wir haben zwei andere. Toll. Ist ja bitte Wasser. Ich bin jetzt irgendwo im Dschungel gleich. Und der hat, der hat richtig scheiß rum. Wo ist sie denn? Snack ich mir, meine Freunde. Wenn ich aber jetzt sterbe gegen den. Und das ist der eine Spass, der mich als Spass beleidigt hat. Nein, das ist nicht. Dann rass dich aus. Ist das hier Lasergurke? Ja, Lasergurke unter Strich 3. Du musst jetzt leider von dannen weichen. Oh, er drückt sich so viel aus. Warte, ich töte mal kurz die Schweine. Oh, ich habe den gut gegeben. Ja, komm. Ey, die Team. Hier ist noch einer. Wusste ich gar nicht, dass der auch noch lebt. Oreo-Monster. Du bist jetzt schon im Dschungel. Hä? Oreo-Monster? Der war die ganze Zeit nicht nach Runde. Doch. Nein. Nein, stimmt. Hat mich gehittet. Auf jeden Fall hat der mich gehittet. Komm, wir sind zurück in die Richtung von... Ja, der läuft auch gerade in die Richtung. Ich bin nach links gelaufen von dieser... Die fliehen beide vor mir. Ich habe den beiden gegeben. Wir sehen sie, wir sehen sie. Perfekt. Oh, jetzt, jetzt haben wir sie. Hier vorne, vor mir ist auch noch einer. Kommt einer zu mir. Der ist noch im Wasser, jetzt rausgegangen. Fokus, die hat auch nicht mehr so viel. Oh. Ein Pferd. Ich nehme mir das Pferd. Können wir da direkt drauf? Ach, schade. Scheiß Pferd. Sterben. Hinterher. Ja, perfekt. Habt ihr ihn? Ach, ist das spannend, ey. Alter, der Schuss ist richtig geil, Alter. Wer hat denn eigentlich geschossen? Ja, ich. Dann hätte ich es zugetraut. Hau an mir nicht, du Arschloch. Du bist so ein Arschloch, ey. Ich bin so ein Arschloch. Oh, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Dominik, 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 Loren. Ja, jetzt hat er mein, jetzt hat er mein, jetzt hat er mein. Die Karawane zieht weiter. Ich busse dich. Oh, Trickshot, FTW. Flugtrui lebt noch. Hatte die, der, die das Essen dabei? Der hatte krass Rüstung auf jeden Fall, dieser Flugtrui. Da, ich sehe ihn. Da vorne ist ein, oder? Ne, das ist eine Kuh. Die macht nur. Äh, hier. Noch 60 Sekunden? Hier ist Essen für dich. Paul, brauchst du auch noch Essen? Äh, ja. Na gut. Hab ich gesagt, äh. Ich lasse mir jetzt einen anderen Kopf auf, weil ich cool bin. Den mache ich doch nicht. Was, wäre es doch nicht cool? Was, dieser Rüstung-Effekt? Also, was ziemlich bitter wäre, wenn jetzt keiner von uns die Runde gewinnen würde, das wäre schon stark peinlich. Das wäre jetzt sogar noch eine Höhle. Latent. Ey, ich hole mir den Türen. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Das ist eh nur noch 30 Sekunden. Seht ihr ihn auch? Das Risiko nicht eingehen. Ich komme durch den Dschungel. Ich hole ihn mir jetzt. Ja, ich sehe ihn. Oh, der hat doch gut gerüstet. Das weischt, ne? Das weischt. Oh, der ist eine feige Sau, die ins Wasser jumpt. Ja, und ich mit dem Bogen hätte ihn jetzt einfach so hart zerfickt. Aber ich habe... Wenn der jetzt stehen bleibt, dann hole ich mir den. Ah, das schaffe ich nicht. Der rennt. Das ist ein... Nein, der wurde mir rausgebackt. Jetzt kein, äh, Dings machen, ne? Kein Team. Ist nicht erlaubt. Was ist denn los bei euch? Chillt ihr etwa in den Ecken? Ist jetzt schon wieder jemand Neues drin? Samy, je, je, buddy. Tatsächlich. Hä? Ich habe gleich einen Typen. Und mich hat auch gleich einen Typ. Wenn ich ihn nicht höher hätte. Dicke Bow-Kombo. Dicke Bow-Kombo. Oh Gott, der ist ja schlecht. Oh, fuck. Ich stelle mich so dumm an. Ich habe mich so dumm angestellt. Okay, Zerfani, bist du bereit? Äh, was? Ja, warte. Wo bist du? Ich treffe dich halt gar nicht. Spaß. Äh, bist du bereit? Dann greife ich dich an. Ja. Okay. Oh. Harder-Bow-Skills packt aus. Oha. Wer hat diesen, äh, diesen mit F getötet? Äh. Ziemlich veräppeln. Oh, easy win für Powell. Oder? Ja. Wie viel hast du noch? Wie viel Leben? Äh, relativ viel sogar. Äh, nach vier Herzen. Geht klar. Ja. Der Typ, der schillt einfach mal so gar nicht. Ja. Ich weiß nicht, was mit so einem Typen los ist. Was geht in dem Kopf vor? Ich würd so, Leute, gerne, gerne mal sehen. Wie sehen die aus? Was sind das für Leute? Ich dachte, das tut einfach gar nichts am besten. Ja. Leute. Was schreibt der? J-I-I-Bint, ähm, größter Feen. Lass mal aufnehmen. Man, ich gucke alle wie Videos von... Boah, komm. Wir beenden lieber mal die Aufnahme. Leute. Äh, äh, positive Erwertung. Ciao.